Ustasana Die Kniegelenke und die Oberschenkelmuskulatur Holen Sie weiter tief Atem und halten Sie die Position, solange Sie können. Ustasana Knien Sie sich auf den Boden und setzen Sie sich auf Ihre Füße. Richten Sie sich auf, beugen Sie sich nach hinten, halten Sie Ihre Knöchel mit den Händen. Biegen Sie Ihren Körper so viel Sie können. Atmen Sie tief und schnell. Diese Übung streckt und stärkt Ihre Unterleibsmuskulatur, die Kniegelenke und die Oberschenkelmuskulatur. Holen Sie weiter tief Atem und halten Sie die Position, solange Sie können. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh